Hallo, ich bin der Markus. Es ist Anfang August 2019 und in diesem Video soll es mal um die nützlichen Dinge gehen. Also ihr macht euch ja kein Bild von dem, was ich so alles mitgenommen habe und eingepackt habe. So für den Fall der Fälle und so. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr mit dem Camper unterwegs seid oder vielleicht auch mit Auto und Dachzelt. Also ich neige dazu, eigentlich viel zu viel mitzunehmen. Und in diesem Video soll es aber genau um die Sachen gehen, die extrem, also zumindest für mich, extrem unverzichtbar sind. Und ich möchte euch einfach nur mal so eine Top Ten, vielleicht sind es sogar ein paar Sachen mehr. Ich habe hier eine kleine Euro-Kiste, da ist das alles drin und ja, also es sind eher so kleine Sachen. Die aber sehr, sehr nützlich sind. So und wir legen los mit dem wichtigsten Utensil dieser Reise, würde ich sagen. Es hat dafür gesorgt, dass ich weniger Schmerzen und weniger Juckreiz verspüre. Viele von euch kennen das. Ich habe in Norwegen einige getroffen und immer wenn es ums Thema Mücken ging, dann hieß es, ja, ja, also wir haben aber diesen Heizstift. Kennst du, oder? Ja, kenne ich. By the way heißt das Ding, da ist vorne so eine kleine Keramikplatte drin und die wird warm. Und ihr habt zwei Knöpfe da drauf. Der eine Knopf ist drei Sekunden heizen, der andere ist sechs Sekunden heizen. Und wenn ihr dann irgendwo einen Stich habt, heute Nacht, hatte mich irgendwo was gestochen, jetzt habe ich es aber, weiß ich nicht mehr mehr. Aber ich mache es einfach, dann drückt ihr drauf, dann piept es einmal, dann wird die Platte heiß. Wenn sie die volle Hitze erreicht hat, wird die LED grün und dann tut es ein bisschen weh und dann ist es aber auch gleich schon wieder vorbei und der Juckreiz ist sofort weg. Also dieses Teil ist für Skandinavien-Urlauber wichtig. So, das, was ich immer dabei hatte, ist diese Flasche. Also ich habe auch diesen, diesen Emsa-Thermo-Becher-Halb-Liter-Variante, aber ich habe dann vor dem Urlaub gedacht, naja, wenn man denn so längere Wanderungen macht, dann ist aber ein halber Liter eigentlich zu wenig. Und ich wollte aber auch wieder irgendwas als Thermo-Behälter, damit das Wasser halt, wenn ihr da irgendwie zwei Stunden, drei, vier, fünf Stunden unterwegs seid, nicht so pisswarm wird. Also das mag ich so gar nicht. Und es ist so, diese Flasche, die war jetzt glaube ich auch gar nicht so teuer. Ich verlinke euch das natürlich auch alles unten. Ja, es sind Affiliate-Links, also wenn ihr da drauf drückt und darüber kauft, dann bekomme ich einen kleinen Obolus. Würde mich freuen, wenn ihr das macht. Ihr könnt das aber natürlich auch sein lassen und es einfach so bestellen. Aber ich danke all denjenigen, die darüber bestellen. So, das ist, die gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe mich für die Liter-Variante entschieden und das ist eine relativ leichte Flasche, also wenn sie leer ist. Wenn ein Liter Wasser drin ist, ist sie ungefähr ein Kilo schwerer. Aber das hat sich einfach bewährt. Sie ist absolut dicht. Hier ist auch eine Dichtung drin. Sie hat einen einigermaßen großen Einfüllstutzen. Ja, die war immer dabei. Deswegen ein wichtiges Utensil. Als nächstes kommen wir zum Thema Outdoor-Aktivitäten, sage ich mal im weitesten Sinne. Und da bin ich bei Fiskars hängen geblieben. Also ich habe mir so ein kleines Beil besorgt. Das ist extrem cool, extrem scharf und die Rückseite lässt sich auch als Hammer benutzen, also wenn ihr irgendwelche Heringe einschlagen wollt. Und das ist so zwei in eins und hat wirklich eine gute Qualität. Dann, wenn ihr ein bisschen was fürs Lagerfeuer sägen wollt, dann empfiehlt sich so eine klappbare Säge. Sehr, sehr scharf. Ihr kommt schnell durchs Holz durch, kostet irgendwie acht Euro oder noch nicht mal. Ja, hat sich auch bewährt. Ihr wundert euch vielleicht, warum die so sauber ist. Der Pelle hatte auch eine dabei. Wir haben seine genommen. So, und was natürlich nicht fehlen darf, manchmal muss man halt mal im Wald gucken, ob man da nicht ein kleines Loch graben möchte. Und dieser Fiskars-Klappspaten, der kann was. Also das hat sich wirklich bewährt. Extrem stabil. Damit könnt ihr wirklich ein Loch machen und es danach auch wieder zukippen. Also das sind so meine drei Outdoor-Werkzeug-Empfehlungen. Und was ich auch noch empfiehlt, ist halt irgendwie so ein Multitool, so ein Leatherman oder von Victorinox das Teil. Weil ich habe die beide, das von Victorinox finde ich so ein bisschen robuster. Das habe ich immer in der Arbeitshose. Und der Leatherman ist sehr viel leichter. Den habe ich eigentlich immer dabei. Also wenn ich irgendwie unterwegs bin, habe ich immer in der Tasche. Außer jetzt im Moment. Da habe ich ihn leider vergessen. Dann kann ich ihn euch leider nicht zeigen. Ich verlinke es aber trotzdem unten. So, dann kommen wir zum Thema Licht. Und da möchte ich euch gerne drei Sachen zeigen. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, weil ich ja im Juli in Norwegen unterwegs war. Ja, braucht es denn da Licht? Es ist ja immer hell. Ja, eigentlich habe ich es tatsächlich erst auf der Rückreise gebraucht. Also wenn ihr dann wieder weiter nach Süden fahrt und so Ende Juli, dann wird es dann so rund um Göteburg, wo ich dann mit der Fähre nach Frederickshaven gefahren bin, dann nachts doch dunkel. Und wenn ihr dann irgendwie im Auto was suchen wollt oder euch ein bisschen orientieren oder nochmal rings ums Zelt schauen wollt, habe ich denn alles eingepackt, dann ist eine Taschenlampe einfach unverzichtbar. Und ich möchte euch zwei Sachen von Olight zeigen, die ich extrem cool finde. Das ist einmal diese Stirnlampe, die mehrere Helligkeitsstufen hat und auch wirklich was kann. Also die ist so richtig hell. Ja, und als Stirnlampe super, hat auch einen Magnetfuß. Also ihr könnt die auch so mal so ans Auto heften und irgendwie leuchten. Sehr, sehr geil. Dann habe ich so diesen Extremscheinwerfer von Olight, den gab es irgendwann mal im Angebot. Der ist mega teuer. Ich habe glaube ich nur 130 Euro oder so bezahlt. Da gab es einen Gutschein und es war irgendwie Prime Day oder so. Also diese Lampe ist wirklich extrem hell. Und wenn ihr euch da im Wald oder so orientieren müsst, die ist der Wahnsinn. Die ist wirklich, wirklich geil. Und die benutze ich auch ganz oft hier auf dem Hof, wenn ich nachts nochmal irgendwo gucken will oder einen Spaziergang mache. Dann habe ich die dabei. Sie ist nicht ganz leicht, das gebe ich zu. Aber sie kann wirklich was. Wie die genau heißen, ich schreibe es unten rein. Und dann habe ich hier noch so eine kleine Campingleuchte. Also die zieht man so auf und dann leuchtet die. Und die hat mehrere Modi. Also abgedimmter Modus, ein Rotlicht und ein blinkendes Rotlicht. Und das habe ich tatsächlich im Urlaub gebraucht, weil ich ja eine Reifenpanne hatte. Da werde ich in meinem Flop-Video darüber noch sprechen. Das wird aber noch ein paar Wochen dauern, bis das kommt. Und da habe ich die halt einfach so als Pannenabsicherung hingestellt. Aber wie gesagt, so als Tischleuchte, wenn ihr so am Campingtisch sitzt und so, ist die auch ganz toll. Die hat auch Magnete unten. Das ist so ein kleiner Karabiner dabei. Dann könnt ihr sie halt irgendwie auch aufhängen. Und es ist halt Powerbank und es sind richtig Akkus verbaut. Also nicht irgendwie so ein Ding mit Batterien. Das finde ich dann halt auch doof, wenn man ständig Batterien braucht. Und hierüber wird es geladen und es ist aber auch ein USB-Stecker, damit ihr dann euer Handy aufladen könnt. Also eine Notfall-Powerbank ist das Teil auch, kostet so 20 Euro. Und ja, also das sind so meine drei Lampen, die ich auch wirklich empfehlen kann. Kommen wir zu diesem Kissen. Dieses Kissen ist unbezahlbar, weil ihr euch das so hinbiegen könnt, wie ihr das braucht. Also so als Nackenwurm oder auch so, dass ihr den Kopf hier so mehr oder weniger flach drauflegt. Das hatte ich leider bei der ersten Fährüberfahrt, hatte ich es im Auto gelassen. Und ich habe mich so geärgert. Das hätte echt geholfen. Und bei der Rückfahrt von Göteborg nach Frederickshaven, da hatte ich mir das dann aber hinten am Kamerarucksack einfach so mit einem Riemchen festgemacht. Und ich habe dann auf irgendeinem Treppenabsatz eine Stunde gepennt und konnte halt wirklich so dieses Kissen nutzen. Und das ist, also ich habe echt gut geschlafen. Also obwohl ich ja nun auf, es war Teppich, aber mehr oder weniger harter Boden gelegen habe. Und auch wenn ihr so mal im Auto, also als ich auf die Fähre gewartet habe, da habe ich dann auch im Auto so ein bisschen gedöst. Und das Ding so an der Scheibe, also dieses Kissen ist wirklich geil. Also das muss auf einer Reise eigentlich wirklich mit dabei sein. Das ist ein Handtuch. Es ist noch nicht gewaschen. Ich bin echt noch nicht dazu gekommen. Nachher noch. Und zwar ein Mikrofaserhandtuch. Ich habe lange überlegt, ob ich das Geld ausgeben will. Die sind nicht ganz billig. Und habe dann aber mich erinnert an meinen Trip im März nach Dänemark, wo es so viel geregnet hat und so extrem windig war. Und mit einem normalen Handtuch. Das trocknet nie. Und das fängt dann irgendwann an zu muffeln. Und diese Mikrofaserdinger, die hängt ihr 10 Minuten in den Wind und dann sind die wieder trocken. Das ist echt toll. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich mag es nicht, mich damit abzutrocknen. Da finde ich ein normales Handtuch einfach schöner. Aber gut, bei so einem Campingtrip hat man halt so ein bisschen Komfortverlust. Aber mir ist es lieber, dass das Handtuch schnell trocknet und nicht stinkt, als dass ich mich mit einem schönen Handtuch abtrockne, was aber nach zwei Tagen das Auto irgendwie wie eine Klärgrube stinken lässt. Also das riecht auch. Ich habe das die ganzen drei Wochen benutzt und nicht gewaschen. Und das riecht nicht. Also es ist wirklich faszinierend. Also ich würde sagen, so ein Mikrofaserhandtuch ist für so einen Campingtrip eigentlich ein Muss. Ich glaube, über diese Tabletten habe ich auch schon mal geredet. Das ist so ein Antibakterienzeug, was man in den Wassertank macht. Und ich hatte ja jetzt seit März ununterbrochen Wasser in diesem Tank. Jetzt haben wir Anfang August. Und da war kein Belag im Tank, kein Knutzel, Gedöns, irgendwas. Also diese Tabletten wirken äußerst gut. Und ich habe es jetzt auch in Norwegen festgestellt. Der Pelle, der hatte so einen einfachen Wasserkanister dabei. Und das hat in der zweiten Woche irgendwie angefangen zu kippen, dieses Wasser und zu muffeln. Und es geht dann offensichtlich doch relativ schnell. Und diese Tabletten wirken. Also ich habe nach dem drei Wochen Norwegen-Trip den Wassertank aus dem Auto rausgenommen und habe ihn angeschaut. Und es ist wirklich kein Schmierfilm, kein, also ihr kennt das ja, wenn Wasser irgendwo lang drin steht. Ja, also die sind nicht billig, aber ihr braucht ja auch nicht viel. Also dieses Döschen reicht für 2000 Liter Wasser, eine Tablette auf 20 Liter und das ist ein Traum. Also das Wasser bleibt einfach frisch. Es steht auch drauf, bis zu sechs Monate vor Verkeimung geschützt. Wichtig ist, ihr müsst keimfreies Wasser einfüllen. Also ihr könnt jetzt nicht irgendwie aus einer Pfütze Wasser in euren Tank einfüllen und so eine Tablette reinschmeißen. Das funktioniert nicht. Also sauberes Wasser nehmen, Tablette rein und dann bleibt es sauber. Kommen wir zum Thema Wanderschuhe. Ich nehme an, also wenn ihr nach Skandinavien fahrt, vor allen Dingen nach Norwegen, dann werdet ihr auch das eine oder andere Mal zu Fuß unterwegs sein, zu schönen Orten, zu schönen Wasserfällen, zu wo auch immer hin. Und jetzt werdet ihr denken, warum redet der über diese Wanderschuhe? Also es war relativ kurz vorm Urlaub und ich hatte auch keine Lust mehr in die Stadt zu fahren und habe gedacht, ne scheiße, ich brauche noch Wanderschuhe. Und dann habe ich die bei Amazon bestellt, aufgrund der sehr, 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 sehr vielen positiven Bewertungen. Und die geben sogar eine Anti-Blasen-Garantie. Da hängt so ein Kärtchen dran. Anti-Blasen-Garantie. Und ich habe halt gedacht, naja, das ist halt Werbegeschwätz. Ich habe diese Schuhe nicht eingelaufen. Und ich glaube, ihr kennt das, wenn ihr neue Schuhe über langen Zeitraum anhabt, dann kriegt ihr ja manchmal sogar bei Straßenschuhen irgendwelche Schwielen und Blasen an die Füße. Diese Dinger sind echt der Hammer. Die sind so geil wasserdicht und es gab tatsächlich keine Blasen. Und wir haben schon auch längere Trips gemacht. Und wie gesagt, nicht eingelaufen die Dinger. Ja, neu und das erste Mal in Norwegen angehabt. Also irgendwas um die 150 Euro. Aber ich bin extrem begeistert davon. Also ich habe es mir nicht vorstellen können, aber all die positiven Bewertungen haben einfach recht. Und zu guter Letzt kommen wir zu diesem Falteimer. Also einen Eimer müsst ihr dabei haben. Also ohne Eimer geht es nicht. Also ich nutze den ja, was weiß ich, ich mache hier mir lauwarmes Wasser rein und hänge meine Duschbrause da rein. Ich hole damit Frischwasser und fülle meinen Tank auf. Hier waren sogar die gefangenen Fische drin, bevor sie dann lecker in die Pfanne kamen. Und als Spülschüssel nutze ich ihn tatsächlich auch. Wenn ihr ihn nämlich dann so klappt, dann ist das eine wunderbare Spülschüssel. Und der ist nicht teuer und er nimmt vor allen Dingen nicht viel Platz weg. Also ich könnte in meinem Auto keinen echten Eimer unterbringen, der da irgendwo rumsteht. Das geht einfach nicht. Und dieses Teil, das passt irgendwo zwischen, irgendwo drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Silikondinger halten. Also ich habe den jetzt ein halbes Jahr und der ist einige Male auf und zu gemacht worden. Aber selbst wenn das Ding irgendwann kaputt geht, ich würde mir wieder so einen Eimer holen. Das ist einfach echt mega praktisch. So, das waren meine Highlight-Produkte sozusagen, die ich in diesem Urlaub oft benutzt habe und die ich sehr, sehr empfehlen kann. Ich verlinke euch das alles unten. Nochmal der Hinweis, es sind Affiliate-Links. Also wenn ihr darüber kauft, dann bekomme ich einen kleinen Kickback-Betrag und ihr bezahlt aber nicht mehr. Also ich freue mich, wenn ihr das tut. Ich sage vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert und ein bisschen weitergeholfen und bis bald.